Die deutsche Firma Ernemann Dresden war einer der Marktführer im Bereich der Kinoprojektionstechnik. Dieses Projektorwerk mit der Bezeichnung Rex wurde in der Zeit von 1911 bis 1915 produziert. Er kostete damals 420 Mark und auch das war in dieser Zeit sehr viel Geld. Es handelt sich um eine relativ einfache Konstruktion für kleinere Theater. Mit dem Projektorwerk allein war es aber nicht getan. Man benötigte ja noch den Maschinentisch und das Lampenhaus, Feuerschutztrommeln für die Filmspulen und einen Antriebsmotor. Diese Teile konnte man durchaus von verschiedenen Herstellern kaufen, um Geld zu sparen. Oder man ersetzte das verschlissene Werk des vorhandenen Projektors durch eine Neuerwerbung und behielt die vorhandenen Komponenten. Unser Rex wurde in Christiansfeld in Dänemark erworben. Beeindruckend ist auch heute noch der leichtgängige und sanfte Lauf dieses Werks. Vielen Dank.